Ich bin Alexandra, ich bin Heilpädagogin. Ich schaffe gern mit Kindern und mit Jugendlichen. Mein Aufgabengebiet ist sehr vielseitig. Es kann nur sein, dass ich Bürodienst habe. Und da gibt es dann Telefonate, wo jemand anruft mit Problemen, wo mir dann schnell und möglichst unbürokratisch helfen. Servus, ich bin der Lothar, ich bin der Koordinator von Skopla. Meine Motivation basiert auf einem Autounfall, wo ich eine Leute mit Querschnittslähmung vor 36 Jahren hatte. Damals haben mir sehr viele Leute geholfen und jetzt ist der Zeitpunkt da, wo ich anderen Leuten ein paar zurückgegeben kann und darum bin ich in der Sache ehrenamtlich tätig. Abonniert.